Sieben Jahre. Sieben Jahre. Noch keiner? Oh, wenn Sie zehn Jahre in Deutschland, ja, ich kenne sehr gut Deutsch. Wie lange hießen Sie in Deutschland? Ja, ich kenne sie gar nicht. München ist selten, aber sehr gut. Ja, aber mert es ist ein Dachsitzender für Berge Arbach. Weil die Ab populierten Europa ist unterwegs. Hier wird die heutige Abenteuer. Ich kann die Abenteuer auf und kenne auf. Aber hier hat ihre Abenteuer in Deutschland. Ich habe das seit Jahrzehnten girls in Deutschland, wie viele Abenteuer sind. Die Abenteuer sind auch die Abenteuer. Ja, möglichen Menschen zu lernen. Möglichen müssen wir es sehr, sehr gut. Ja, 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 ja. Einige von der besten Stellen. Ja, ja, ja. Ich glaube, der sagt man, manche ... Ich weiß nicht, vielleicht. Habt ihr auch Raum? Habt ihr auch? Der ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ja, ja, ja.